Hallo und herzlich willkommen zurück zum Identity & Access Management, heute mit PAM, Privileged Access Management. Das PAM ist, mir drücke ich das nett aus, eins der Themen, die keine befriedigende Lösung haben. Man muss sich die ganze Zeit Gedanken drüber machen und naja, wirklich die ultimative perfekte Lösung gibt es einfach nicht. Das ist leider so und es gibt ein paar Best Practices und deswegen wird sich das Video heute darauf konzentrieren. Ich will euch dazu eine kleine Anekdote erzählen. Nehmt an, ihr seid in einem relativ wichtigen Betrieb. Nehmt an, ihr seid der Administrator dort. Wenn ihr jetzt auf Phishing klickt und jemand euren Account kapert, dann haben wir ein ziemlich großes Problem in dem gesamten Betrieb. Und ja, das ist schon mehrfach passiert. Um genau zu sein, Administratoren sind wahrscheinlich die, die am allermeisten von Phishing angegriffen werden oder von anderen Angriffen insgesamt. Das heißt, Administratoren sind natürlich super attraktive Ziele, weil die alles können im Zweifel und gleichzeitig natürlich dadurch auch die häufigsten Ziele. Und wenn jemand weiß, dass ihr Admin seid, dann werdet ihr sehr, sehr stark angegriffen. Und das ist genau das, was PAM versucht zu adressieren. Beim Privileged Access Management geht es darum, wie kann ich eigentlich denjenigen kontrollieren, der alles kontrolliert. Oder, um genau zu sein, wir haben in den seltensten Fällen nur noch einen Administrator. Im Normalfall haben wir eine ganze Armada an Administratoren und die müssen alle irgendwie Rechte haben. Und naja, es ist nicht gut, wenn einer von denen gefischt wird. Und häufig, wie drücke ich das nett aus, in den Firmen, in denen ich schon war, war das so, dass einfach konstant einfach jeder Admin-Rechte hatte. Also teilweise, nicht in allen zum Glück, aber ich hatte Fälle, wo dann wirklich einfach jeder volle Rechte auf einfach alles hatte. Und das ist natürlich grob fahrlässig, denn je mehr Rechte man vergibt, desto gefährlicher wird das Ganze. Was wir also da gemacht haben, und das würde ich euch auch empfehlen, ist, wir mussten erstmal ein paar Sachen machen. Wir mussten erstmal identifizieren, was eigentlich überhaupt passiert ist. Also, was genau passiert eigentlich in der gesamten Anwendung? Wir mussten erstmal rausfinden, wer hat alles ein sogenanntes privilegiertes Konto? Also quasi, wer hat mehr Rechte als die Standard-Nutzerrechte? Und ja, da muss man natürlich auch eine Sache bedenken. Es muss nicht unbedingt immer ein Angreifer von außen sein. Es kann auch einfach jemand sein, der in der Firma arbeitet und dann plötzlich eben diese Rechte missbraucht. Ganz kurze Geschichte, die ich vor kurzem in einem Short auf meinem anderen Kanal geteilt habe. Jemand bei der NSO-Group, die den Staatsruhianer Pegasus gemacht haben, hatte dort natürlich die Rechte, den anzugucken und wollte den selbst im Darknet an einen Käufer verkaufen für 50 Millionen. Das heißt, er hat den Source-Code von diesem Staatsruhianer gestohlen und dort dann versucht zu verkaufen. Er hat es an den Geheimdienst versucht zu verkaufen, deswegen wurde er geschnappt, aber ihr versteht das Prinzip. Es gibt durchaus Insider-Angriffe und die will man so gering wie möglich halten. Dadurch muss man einfach ein paar Sachen machen. Plus, was wir auch oftmals nicht haben, das ist einer der Punkte, die wir eigentlich fast nie haben, wenn ich mal wirklich in so ein Identity und Access Management reingucke. Es wird eigentlich selten unterschieden, ob eine Person dauerhaft die Rechte braucht oder vielleicht sogar nur temporär. Das heißt, wenn ich wirklich eine virtuelle Maschine administrieren muss, weil ich da jetzt eben gerade als Administrator was machen muss, also irgendeine Aufgabe machen muss, dann kann ich auch einfach diese Admin-Rechte behalten für ein paar Stunden oder Tage oder Wochen, je nachdem, wie lange ich das eben machen muss. Aber ich muss sie nicht auf immer behalten, bis ich aus dem Unternehmen gehe, sondern es reicht eben was kurzfristiges. Wirklich, die dauerhaften Rechte brauchen nur die eigentlichen Administratoren selbst und das muss eigentlich immer so stark limitiert werden wie möglich. Also, hier ein paar Best Practices und ich weiß, die Folien sind jetzt nicht ganz so fancy. Ich versuche es ein bisschen durch Storys aufzupeppen, die ich erlebt habe, aber ja, wir haben einfach oftmals alle als Admin oder alle benutzen sogar denselben Account und ja, den Fall hatte ich auch schon, das war furchtbar. Da muss man erstmal überhaupt sich über das IAM Gedanken machen und dann kann man aber irgendwann oder muss man sich auch irgendwann über das PAM Gedanken machen. Sprich, was macht man mit den Admin-Accounts? Und der erste Schritt ist erstmal ein einheitliches Dashboard, um alle Accounts zu verwalten. Ich weiß, das hört sich banal an, es ist aber Gold wert, wenn ihr alle Accounts an einer Stelle verwalten könnt. Denn dann könnt ihr auf einmal sehen, wer alles welche Rechte wie zur Verfügung hat. Selten ist das wirklich schon getan. Das hört sich bescheuert an, aber das ist tatsächlich so. Und ja, das ist extrem viel wert, wenn man das einfach sieht. Ich würde euch deswegen auch eine hierarchische, falls möglich, hierarchische Struktur von Rechten empfehlen. Das heißt, es muss nicht gleich jemand Administrator werden, wenn er Moderator oder irgendwie was drunter sein kann, je nachdem, was für euch dann entsprechend passt. Ein kleines Beispiel dazu. Bei uns auf dem Discord-Server gibt es Administratoren. Davon gibt es mich und noch einen anderen, damit ich nicht alles machen muss. Es gibt aber einen einzigen Server-Owner, das bin ich. Und es gibt einige Moderatoren und es gibt einige Supporter, die dann quasi auch Nachrichten verwalten können. Wir haben also eine Hierarchie erschaffen. Und ja, das hört sich zwar irgendwie erstmal doof an, macht aber eine Verwaltung 10.000 Mal einfacher. Denn im Endeffekt ist so eine Hierarchie nichts anderes wie eine Access Control, die eben nach oben hin eskaliert. Und naja, nicht jeder darf halt alles machen. Also zum Beispiel, ja, neue Moderatoren ernennen oder Administratoren ernennen. Das kann halt nicht jeder machen. Also ich zum Beispiel kann als einziger jemanden zum Administrator befördern. Und das würde ich euch auch empfehlen, dass es eben einen Chef von der ganzen Sache gibt. Ähm, zusätzlich, und das ist extrem wichtig, muss für jeden mit einem privilegierten Konto, also jeden zum Beispiel mit höheren Rechten als der Standard, müssen höhere Sicherheitsanforderungen gelten. Oder, ähm, wenn sie für alle gelten, ist gut, aber normalerweise tun sie das nicht. Für Administratoren müssen einfach die höchsten Sicherheitsanforderungen Standard sein, ja. Wenn ihr Administrator von einem GitHub-Account seid, der eine Organisation zum Beispiel verwalten darf, dann kann es nicht sein, dass ihr mit euch, äh, euch mit Username, Passwort anmeldet, sondern dann muss bei euch ein Security-Key hinterlegt sein. So ist das eigentlich sinnvoll und so sollte man das auch durchsetzen. Das nennt sich Security Policy und die muss natürlich sitzen. Es ist wichtig, dass ihr diese Security Policy, ähm, wirklich durchsetzt und die auch regelmäßig überprüft. Aber es ist vor allem wichtig, dass je mehr Rechte, desto mehr Sicherheitsanforderungen werden gegeben. Security-Key muss vielleicht nicht sein für jemanden, der einfach nur Code lesen kann oder Code hochladen kann. Security-Key muss aber durchaus sein für jemanden, der zum Beispiel neue Leute einladen kann. Ähm, und ja, für die, die halt nur lesen oder schreiben können, da würde ich trotzdem 2FA verpflichtend machen, zum Beispiel über App. Aber es kommt immer auf die einzelnen Herausforderungen drauf an, am liebsten, wenn ich die höchsten Anforderungen für alle durchsetzen. Aber das funktioniert meistens einfach aus Kostengründen nicht. Gut, ähm, was man auch macht, ist oftmals, dass man, zumindest wenn das irgendwie möglich ist, das ist ein bisschen schwieriger zu implementieren, aber wenn ihr könnt, macht das. Ähm, und zwar Session-Recording, gerade für die privilegierten Benutzer. Das heißt, normalerweise haben wir ja nicht nur die Administratoren oder die Administratoren müssen sich nicht immer mit Admin-Rechten einloggen. Ihr kennt das unter Linux, da hat man, wenn man sich, äh, wenn man den PC hochfährt, hat man standardmäßig auch keine Administrator-Rechte. Jetzt ist es aber durchaus sinnvoll, dass sobald man diese Administrator-Rechte verwendet, dass dann die Session aufgezeichnet wird. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Sicherheitsziele. Es gab dieses Ding namens Nachverfolgbarkeit, ja, da konnte man, äh, oder das war im Endeffekt, ich will wissen, wer Sachen kaputt gemacht hat und wieso, beziehungsweise wann, ähm, um das am Ende aufarbeiten zu können. Ohne Session-Recording oder Logging auch genannt, ne, ohne Logging können wir das eigentlich nicht durchführen. Und vor allem bei privilegierten Konten sollte Logging vorhanden sein. Ähm, bei den normalen Nutzerkonten muss das nicht in jedem Szenario vorhanden sein, in manchen natürlich schon, aber bei den privilegierten würde ich auf jeden Fall durchsetzen, wenn ihr das irgendwie bauen könnt. So, ähm, und dann gibt es was, äh, speziell für diese Anforderungen hier unten mit den temporären versus dauerhaften Accounts. Das nennt sich Just-in-Time-Zugang. Äh, das ist ein bisschen sperrig und ist im Endeffekt ein, ich hab die Rechte eigentlich nicht, aber ich kann sie mir freischalten lassen. Und dann muss halt ein Admin da sein, der sagt, yo, du darfst jetzt Sachen verwalten. Für zwei Stunden zum Beispiel. Das ist so eine Art Ticketsystem, oder so kann man das implementieren. Das macht zum Beispiel, ähm, ja, machen viele verschiedene Netzwerkdienste. Ich will jetzt hier nicht so tief reingehen. Schaut euch mal meine Playlist Netzsicherheit an. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Ähm, und grundsätzlich muss man aber immer irgendwie was bauen dazu. Aber so ein Just-in-Time-Zugang kann natürlich einfach dieses dauerhafte versus temporäre Problem lösen. Trotzdem brauchen wir dann immer jemanden, der das quasi freischaltet. Denn wenn man einfach sagen kann, hey, ich würde ganz gerne jetzt die Rechte haben, mal Just-in-Time, und es wird halt automatisiert gemacht, ja gut, dann ist es quasi, als hätte er die Rechte einfach immer. Ähm, außer man schränkt das irgendwie ein. Okay, ähm, und das wichtigste Prinzip eigentlich generell, aber das gilt für alles im Access und generell auch eigentlich im Identity-Management oder grundsätzlich bei allem, was mit Access zu tun hat, ist das Least Privilege. So wenig Rechte wie möglich, so viele wie eben nötig, ja. Das heißt, je weniger Rechte jemand hat, desto weniger kann er kaputt machen. Und deswegen würde ich euch da immer empfehlen, regelmäßig die Rechte so sehr zu beschränken, wie das irgendwie machbar ist. Äh, ich selbst hab zum Beispiel auf manche Sachen von der Bootstrap Academy keinen Zugriff, weil ich die nicht brauche. Weil ich manche Tätigkeiten nicht ausführe. Und deswegen will ich die Rechte auch gar nicht haben. Ähm, und ja, das ist durchaus sinnvoll. Ähm, selbst als Administrator braucht man nicht alle Rechte haben. Okay, und das Letzte, hab ich gerade schon gesagt, man muss es regelmäßig beschneiden, so gut wie geht, ne, das Vorletzte, Entschuldigung. Ähm, man muss die Rechte so gut wie es geht immer beschneiden. Und dazu brauchen wir natürlich ein Monitoring. Wir müssen aufzeichnen, wer, wann, wie viele Rechte hat und wie viele er braucht. Und wenn wir dann sehen, ey, dieser Benutzer hat seit einem Monat sein Recht für Zugriff auf XY gar nicht benutzt, dann können wir mal überlegen, ob wir das nicht einfach rauskicken, ja. Das kommt dann stark natürlich auf euer Access Control drauf an. Ähm, wenn ihr da irgendwie mit Roles arbeitet oder mit Attributen, lässt sich das wahrscheinlich besser umsetzen. Ähm, und da muss man natürlich gucken, okay, kann ich das irgendwie realisieren und denen wirklich dann die Rechte wegnehmen. Würde ich euch tatsächlich sehr ans Herz legen. Und das Letzte sind natürlich Schulungen. Ähm, gerade die Administratoren, beziehungsweise die privilegierten Nutzer brauchen regelmäßige Security-Schulungen, damit sie auf dem neuesten Stand bleiben. Damit sie wissen, dass sie ihre Software aktuell halten müssen oder ihr führt andere Wege ein, das durchzuboxen. Aber grundsätzlich muss man einfach immer damit klarkommen, ähm, dass, ja, potenziell einfach die Leute, ähm, Malware bei sich ausführen und die dann halt laufen haben. Und, naja, dann kann man das leider nicht verhindern, dass die irgendwas Bösartiges machen. Und deswegen werden sie etwas Bösartiges machen, zu dem sie eben die Berechtigung haben. Und deswegen muss man sie schulen. Alright. Das war's von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, viel Erfolg beim Umsetzen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.